Originales Englisch oder deutsche Übersetzung? Was ist besser? In einer Zeit, da immer mehr Spiele ohne Lokalisation auskommen, punktet Mittelerde Schatten des Krieges mit einer vollständigen Vertonung auf Deutsch. Wir ziehen für euch im Video den Vergleich zum englischen Originalton. Schreibt uns eure Meinung. Welche Version klingt besser? Wir retten dich, Waldmeister! Gollum? Warum solltest du mich retten? Gollum? Und warum würdest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer! Er war nicht mit dir, du dummerer Ranger! Er steht im Dienst der Spinnen. Nein! Nein! Er ist für die Spiegel. Nein! Nein! Sie üben dir zu! Üben verblüht! The crowd screams for Bloody Spectacle! Und du will give it to them! Ja, da war proper Siege going, und ich intend zu geben. Ich habe Killinge zu tun und Plunder der Seas. Es gibt Menschen zu morden und Falte zu finden! Und du kommst mir nicht mehr in die Quere! Es ist nicht genug für sie, wir uns zu stören. Sie müssen unsere Geschichte weghalben. Wenigstens haben sie nicht den sehenden Stein. Die Tore halten stand. Diese Relikte waren mein Leben. Mein Vater hatte recht. Mein Vater war recht. Wir müssen was wir können und weg. Die Krieg, die du kämpfst, ist nicht hier. Der Krieg, den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil. Und die dunklen Lordern, die ihn umgekehrt sind. Schau auf die Palantir. Sauron wird nicht stoppen, bis all die Mitte der Erde... bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist.